Die Bratwürsche sind sehr mager, müssen auch mager sein, erst einmal wegen der Qualität und die Bratwürsche machen das Besondere, dass das Fleisch, was verarbeitet wird, für Bratwürsche frisch ist und nicht stundenlang irgendwo in der Gegend rumsteht, sondern das ist das Besondere an die Bratwürsche, dass die den Eigengeschmack behalten und dass die Bratwürsche mit einem selbst gemischten Gewürz, wo wir nach einem gewissen Rezept mischen und das ist zwar kein Geheimnis, aber das sind nur die besten Gewürze, die es gibt und deswegen kommt auch der hervorragende Geschmack und dass wir manche Dinge, die nicht mehr erlaubt sind, die allergenen Stoffe nicht mehr verarbeiten, seit längerer Zeit schon nicht mehr verarbeiten, um dass die Kunden damit zufrieden sind und die können, damit er jetzt auch mit richtigem Gewissen die essen kann.